willkommen zu meinem neuen video ich freue mich dass sie eingeschaltet haben etwas hier zu merkel zu unserer früheren bundeskanzlerin sie hat ein interview gegeben und in diesem interview hat sie einige dinge gesagt die ihr nachher dann aufs butterbrot geschmiert wurden oder wo einige gesagt haben sie zeigt jetzt ihr wahres gesicht und 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 sie hat aber auch eine sache in diesem interview es war ein interview für eine deutsche zeitschrift sie hat eine sache in diesem interview gesagt und zwar ging es da um die auseinandersetzung in dem kleinen land und die auseinandersetzung mit dem großen land ja das große land hat ja angefangen wir nennen die länder hier nicht beim namen und da hat sie etwas gesagt dass ich sehr meiner meinung nach sehr klug fand und auch sehr einleuchtend sie hat gesagt dass letztendlich diese auseinandersetzung am verhandlungstisch beendet werden wird am verhandlungstisch und das haben einige ihr offensichtlich böse genommen merkel war eine bundeskanzlerin und ist eine sehr sehr kluge frau sie war eine vielleicht sogar bessere bundeskanzler als bundeskanzlerin als einige heute sagen werden ich habe ja damals schon gesagt vorsicht wen ihr verurteilt ja jeder macht fehler absolut jeder von uns macht fehler und wenn ich in eine verantwortungsvolle position bin ist natürlich die chance dass ich mehr fall fehler mache auch immer größer aber ich habe damals schon gesagt vielleicht kommt noch mal ein tag wo wir sagen ach hätten wir sie vielleicht nicht doch lieber wieder zurück ja im nachhinein sieht es ja manchmal etwas anders aus aber ja vorsicht wollen wir auch gar nicht so unbedingt sagen es geht auch nicht darum es ist nicht wichtig es geht nur darum dass ich diesen satz dass letztendlich der krieg am verhandlungstisch beendet wird dass ich diesen satz sehr sehr klug fand und nicht nur klug sondern ich glaube ich gehe davon aus ich glaube nicht ich gehe davon aus dass es tatsächlich so sein wird sie war eine bundeskanzlerin die viel geschick hatte auch diplomatisch geschick und da habe ich ja auch schon in anderen videos darüber gesprochen die sich auch auf einem spiegelglatten parkett der internationalen weltpolitik erstklassig bewegen konnte ja sie hat sich getroffen mit dem leiter dieses großen landes sie sprach auch seine sprache nicht nur von der sprache her sondern auch von der anderen sprache her und sie hat manchmal die faust in der tasche gemacht die meisten menschen ich will keine lobrede auf merkel durchführen absolut nicht kommt wir kommen gleich zum punkt aber das gehört mit dazu sie hat sich mit diesem herrn getroffen und jeder von uns fast jeder kennt dieses bild welches dann durch die internationale presse gegangen ist das bild wo er einen hund einen großen ich glaube sogar einen schwarzen hund mitgenommen hatte und viele wissen wissen das hat sie öffentlich so gesagt dass sie ein bisschen angst hat vor hunde ähnlich so wie ich ich hatte auch heute nicht mehr aber ich hatte lange angst vor großen hunden man sieht an ihrem gesicht dass ihr die situation nicht gefällt aber sie hat wie gesagt gute mine zum bösen spiel gemacht weil sie wusste ich bin in dieser position ich muss gute mine zum bösen spiel machen denn ich möchte hier etwas erreichen für meine bevölkerung für das land dessen bevölkerung mich gewählt hat ich muss hier sitzen bleiben auch wenn der hund mir gar nicht gefällt natürlich hätte sie eine alternative gehabt sie hätte sagen können wie es heute ja fast in jeder talkshow passiert und auch fast viele junge leute die gehen die den job kündigen die aus der talkshow raus rennen aus welchem grund auch immer jetzt sage ich nicht dass es manchmal nicht angemessen ist wenn man in einer sehr provokativen situation ist dann zum beispiel die situation zu verlassen und sagen ich gehe jetzt aus dem raum das geht mir zu weit es ist ähnlich wie in einer ehe ja viele sagen die ehe ist fürchterlich ich lasse mich scheiden aber wann ist der zeitpunkt da meine ganz persönliche meinung ist dass einige von uns das vielleicht viel zu früh viel zu schnell tun auf ihre 10 auf ihre kleinen 10 wird getreten und schon sagen sie ui der hat mir weh getan das akzeptiere ich so nicht unser leben miteinander leben bedeutet auch miteinander kommunizieren und manchmal auch sagen das gefällt mir nicht aber wir müssen ja heute auch einen kompromiss finden und ich muss hier sitzen bleiben und natürlich hat der andere das gemacht um mich zu provozieren um mich zu verunsichern oder vielleicht einfach nur zu gucken was ich tue vielleicht hat er auch einen charakter wo er zeigen möchte dass er der macho ist oder der stärkere so what wirklich stark bin ich dann wenn ich dem macho zeige wie stark ich bin und sitzen bleibe und sagen nein du kriegst mich damit klein nicht klein stattdessen wird in dieser auseinandersetzung da wird geliefert und geliefert und geliefert alles all das was geliefert sind sind produkte die dafür sorgen dass letztendlich von denen von dem land nicht mehr viel übrig bleibt wie sieht das land aus in ein paar jahren ja da gibt es ja schon seit zehn jahren eine auseinandersetzung oder noch länger glaube ich da ist schon ganz viel kaputt und jetzt wird der rest kaputt gemacht und zwar ganz schnell wer gewinnt einen krieg wer gewinnt einen krieg eigentlich ja ist das derjenige mit der größten klappe mit den größten muckis oder ist das derjenige der vielleicht sich vorher schon zu hause mit seinen mitarbeitern oder seinem team schon eine strategie überlegt hat wer eine auseinandersetzung gewinnt das entscheidet sich meistens schon vorher am tisch das entscheidet sich schon der stratege derjenige der eine bestimmte hier eine bestimmte richtung entwickelt der sich schon vorher überlegt wenn das passiert kann das passieren tatsächlich dann der verhandlungstisch ja derjenige der vorbereitet spirituell geistig und auch vom verstand her vorbereitet in diese auseinandersetzung hinein zieht das ist natürlich der sieger klar und da werden auch die entscheidungen die letztendlichen entscheidungen getroffen und deswegen deswegen vor allen dingen deswegen ist diese auseinandersetzung so schlimm weil wir jetzt eine situation haben in der menschen offensichtlich das sagen haben die nicht bereit sind sich mit den anderen an den tisch zu setzen jeder mensch weiß das von uns jeder von uns jeder bürger wenn ich eine auseinandersetzung habe und es gibt überhaupt keinen ja keine möglichkeit diese auseinandersetzung auszutragen ja ich komme nicht weiter was mache ich dann dann gehe ich zu einem gericht da gibt es einen richter und ein guter richter auch das einige werden sagen bin ich nicht mit einverstanden ist aber so ein guter richter versucht einen kompromiss zu finden er versucht dafür zu sorgen dass beide seiten ein bisschen zufrieden sind dass nicht eine seite alles bekommt das ist ein schlechter richter ein guter richter versucht einen kompromiss zu finden weil er weiß wenn beide seiten ein bisschen zufrieden sind wenn auch sagen wir mal der verlierer denn der auch ein kleines bisschen bekommt ja dann ist er vielleicht doch noch ein bisschen zufrieden und hat nicht dieses ego in sich wo er vielleicht alles zerstören will und böse ist und 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 so negativ drauf weil er verloren hat ein guter richter ist ein richter der kompromisse eingeht der bereit ist kompromisse einzugehen und wenn ich in der hitze des gefechts bin sehe ich das manchmal nicht auch ganz viele von uns ich kenne das auch ja wenn man in der hitze des gefechts ist dann sieht man nur dass man selbst nur recht hat der andere ist der böse die anderen sind die bösen wie wir haben recht wir sind die guten wir sind auf der richtigen seite wir machen das richtige die anderen sind die bösen das sind die fürchterlichen nein so funktioniert unsere erde nicht so funktioniert das universum nicht auch nicht wenn alles so aussieht als sei der andere der böse deswegen es wird allerhöchste zeit das endlich verhandelt wird dass sich endlich diejenigen die sich nicht mehr die nicht mehr miteinander reden dass die womöglich dann irgendwelche dafür gibt es ja alle möglichen diplomaten dass die dann irgendwelche leute hinschicken die dann versuchen zu einer lösung zu kommen eine lösung die nicht alles zerstört ihr wisst es selbst manchmal gibt es auch ja scheidungen die so wirklich jahrelang durch die medien geistern und dann hört man irgendwann die andere anwälte die rechtsanwälte haben 100 oder 200 oder 300 millionen dollar bekommen die haben sich eine dicke villa gekauft die anderen sind fix und fertig von dem was da passiert ist das gilt für jede auseinandersetzung und deswegen hier wollte ich das was merkel gesagt hat noch mal erwähnen das ist die kluge taktik das ist nicht nur die kluge taktik letztendlich kann es nur so passieren und wird es so passieren ihr werdet sehen es wird so passieren es kann heute so passieren oder es kann auch noch mal in zehn jahren so passieren wenn tatsächlich alles kaputt ist und das ist meine persönliche meinung und ich weiß dass viele eine ganz andere meinung haben aber dafür sind wir hier zum diskutieren auch danke dass ihr bis zum schluss zugehört habt und ich wünsche euch allen einen wunderschönen tag und ich wünsche euch allen einen wunderschönen tag